Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist er! Ich habe es ja doch noch geschafft. Alles auf einem Bild ist ja kaum so klar. So, jetzt machen wir mal. Ups, da ist er weg. So, das geht noch, das geht, geht noch. Jetzt finde ich super gut, oder? Oh ja, klar, super gut. Und jetzt fahren wir drauf, oder? Ich finde das immer wieder faszinierend. So, eine Suppe zu oben. Wackel, wackel, wackel. Die habe ich ja die Burg freigeschnitten. Warum wird denn die nicht scharf? Weil da vorne drauf ein Baumstumpf ist. Ach so. Und jetzt ist ein Ast davor. Du musst... Und jetzt... Es wird auch nicht mehr scharf, oder? Aber schärfer. Okay. Nicht scharf, oder schärfer? Okay. Und jetzt machen wir mal den da. Da bin ich früher immer noch gesoomt. Das finde ich ja absolut faszinierend. Das finde ich ja absolut. Da ist doch oft der Mond gehen kurz. Ups, 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 Ups. Also das finde ich schon daheim. Wo ist er? Dort ist er. Ja, gut. Peterchen zum Mond fährt. Okay, das war's. Still ruht der Wald in dem Fall, nicht der See. Ja, aber ich habe erst gedacht, was soll der Quatsch da freischneiden und so. Aber ich finde, das ist jetzt doch... Also die Burg... Im Verborgenen ist die Burg auch gut. Aber jetzt ist er, glaube ich, schon nicht schlecht. Aber ist er gut gemacht. Der Quatsch ist ... mir ist, das ist, dass ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.